Hallöschön meine Lieben, ja, Willkommen zum neuen Video. Wie ihr seht, wir nähern uns dem Ende. Ich hab noch... ...meine Kämpfe noch vom Mittag. Ich hab diesmal einen großen Zettel und bin echt gespannt, was da jetzt steht. Zehn große Slimline. Okay, dann wollen wir das mal anbieten. Ich hol mal eben Papier. Und zwar... ...24 mal... ...24 und davon mache ich jetzt zehn Stunden. Ich mach das mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss was dazu sagen. Ich hab grad komplett Blödsinn erzählt. Nicht 24, sondern wir wollen nicht auf 21. Mein viele? Sorry. Also 21 mal 21. Bitte. Ich weiß nicht, ich muss die auch nochmal sugriieren. Das heißt, ich kann mein A4 Karton weglegen. Alles gut. Bis gleich. Äh, mein A3 Karton meine ich. Gut. Ich hab zugeschnitten. Ich hab auch gleich das Design Papier zugeschnitten. Wie hast du denn wohl ist aus? Jetzt. Wie? Ich muss das die Musik voiced. Das war es so. Hier. Hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe übrigens schon vor der Arbeit. Vielen Dank. Und das habe ich aufgebraucht. Und ich habe drei Stück von den Strassbänden aufgebraucht. Und Blöcke habe ich diese beiden hier verwendet. Heute werden wir mal um dieses dickes hier kümmern. Und alle verbastelt. Nicht alle, aber ein paar Stück versucht zu verbasteln. Und das ist ein paar. Und das ist ein paar. Meine von denen habe ich nämlich am meisten. Und das ist ein paar. Und das ist ein paar. Die erste. Das sind auch kleine. Und das ist ein paar. 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 Vielen Dank. Ich nehme die einfach so raus, wie die mir gerade liegen kamen. Ich nehme die einfach so raus. 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 Und die einfach so raus. Ich nehme 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 die einfach so raus. Und die einfach so raus. Und die einfach so raus. Und die einfach so raus. Vielen Dank.